5.000, Südost Südost Gegenzug wurde abgefeuert Ich bräuchte das gleich dann mal, Medic Ich bin dead, Tower hat mich erwischt Verstanden Hast du sie genau gesehen? Keine Ahnung Ja, ich geb dir gleich den Valley Ja, die kamen von Südosten, da von der Hauptstraße runter Found a friendly Tower Oh ja Valley Point ist Abfloor Go, 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 zum Marker Also zu unserem 20 Sekunden Copy Diese Stellung verteidigt Hab dich auf den Dächer nicht verteidigt? Äh, ich geb nochmal durch Das T-Building Ja, drüben, drei Wir sind dabei Die halten uns hier ganz schön fest Demust Die haben auch in dem T-Building richtig Kontakt dann Okay, ja, Medic Achtung, ich place an der FOB, Achtung Okay Gut, 1. Klasse Service Achtung, in Deckung gehen Ja Vorhersicht Vorsicht 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 Schasse Wir sehen gleich auf das positive neben den Südosten Auf der Hauptsrunde Auf der Hauptstraße wahrscheinlich Ja, bei den ABC auf jeden Fall Nicht hier in Front Man Wir müssen einen Moment warten Das packt hier oben. Haltet bitte schön die Augen offen. Verteilt euch mal auf die Dächer. Doch, doch, das geht. Such mal das EPC. Wahrscheinlich mag ich mal besitzen hier oben. Warum falle ich ins Fahrzeug, was hier rumfällt? Ja, sag ich doch. Sieht aus dem Feind EPC. Brauche Reparaturen hier. Ich gebe durch mögliche Feindsport südlich, südöstlich unserer Position. Nicht erkennbar. Feind Infanterie könnte womöglich auf Squad 4, beziehungsweise die LPCs vorrücken. Ich gehe mal kurz spotten. Ein paar Marker setzen, wenn ich kann. Unsere Position. Nee, irgendjemand Merzert hier auf jeden Fall. Wir haben Merzern aber auch, wir haben Merzern auch. Wir haben auch Merzern. Spontanerweise. Ich glaube, Lefty Merzert gerade das große Team mit dem, wo Feinkontakte drin sind. Fop steht. Fop steht. BMP, südöstlich unserer Position in der Hotel District. Einen Moment, Stellung halten. Ich spotte kurz, ob ich irgendwas sehe. Kommen wir, unsere Position. Feind APC scheint jetzt Osten, Südosten zu sein. Also eher Südosten immer noch, fährt Richtung Osten. Ehm, bitte. Opfer. Ach ne, Opfer ist eigentlich bei uns. Du spotest da unten, ne? Perfekt. Ja. Fuller ist da. Lasst uns ausrücken, wir rücken. Straight Richtung Osten weiter. An diese Position vorrücken. Ja, das Feind APC ist südlich von dir. Achtung, Feind nahe Bereich. Südlich von dir? Ja, ja. Wie weit in etwa? Ich such's, ich such's. Das ist irgendwo so ein India 12. Feind BMP, India 7, Keypad 5. Wir versuchen uns komplett zu umgehen wahrscheinlich, ne? Ja. Kommt man da hinten durch? Hier haben wir was Spotters geschnappt, dass ich auf ne ganz gute Position kann. Ja. Ne, hier kommt man nicht durch. Haken? Wir brauchen meinen Haken, ich will nicht die Straße nehmen. Wir brauchen auf jeden Fall das Board hier, wenn möglich. Verstanden. Squad 2 ist sich stark unter beschussen, wir kommen nicht aus dem Gebäude raus. Wir haben einen Feind APC und mehr Infanterie. Ich komm, ich komm. Was ist gut? Ah, du warst. Wie ist jetzt? Über die Mauer. Jo, pass auf, Nemo ist gut. Du bist engaged. Ja, ein bisschen Geld. Ich bewege mich jetzt auf feindlicher IVG zu. Wir greifen nicht an, Jo. Wir können nicht angreifen, Jungs. Wir gehen Nemo zu supporten, sonst verlieren wir die Flagge. Schöp' mir. Haken wieder 1, den nicht vergessen, mit G. Pass auf jetzt hier im Osten, Südostgefährte. Ich hab Kontakt. Verstanden. Hier, hier ist 3. Könnt ihr Nemo unterstützen gleich? Auf dem Weg. Haken ist gleich klar. Alles klar, ich gebe Cover. Bewegt euch mal in die Gäste rüber. Reacher, schaust drauf. Los geht's. Ich gehe als erstes. Copy. Oh, passt auf, der ist genau jetzt die Straße runter. Nicht die Straße krossen, Leute. Nicht die Straße krossen, nicht krossen. Nicht krossen, nicht krossen. Da ist er. Achtung, Scott, 4. Feindkontakt, Nachweis. Ich glaub schon, ich hab den ausnahm Winkel nur gesehen. Gib mir einen Moment. Verstanden. Das T-Building ist... Ich geh's nochmal an alle durch. Das Feind-T-Building ist immer noch stark unter Feindbesitzung. Ja, der ist genau komplett die Straße runter. Warte. Und an unserem Gebäude. Ja, ungefähr Marke vielleicht noch ein Stück weiter. Hotel 7, Keeper 3. Soll ich ins Gebäude hier rein? Soll ich ins Gebäude hier rein? Genau nördlich, davon steht er. Ich geh mal auf das obere Stockwerk. Ja, was? Ja, ungefähr da. Von da aus hab ich ihn gesehen. Der spiegt da hinter der Ecke des Gebäudes hervor. Ja. Was greift ihr an? Ja. Achtung, Squad 4. Leute, ja. 3,05. 1,05. Feindkontakt. Try, bitte nicht schießen, einfach ohne irgendwelche Angaben zu machen. Pardon. Also, wie gesagt, kannst du Feinder engagen, aber bitte halt immer ansagen, welche Richtung. Dass wir es alle wissen. 1,05. Die Straße runter. Im ersten Stock. Wir haben da auch Fanlys. Ja, das können auch Fanlys sein, ne? E.O. Und pass auch auf, bei der Südlicht da runter, wo du runter guckst. 1,05. Ne, der tipp ist Feinder runter. Das sind oberste Stockwerk. Feindliche Superfob gefunden. Superfob direkt bei mir. Auf mir drauf. Toe, LPC. Feindliche Infanterie auf mir. Verstanden. Feindliche Superfob in. In J12, Nampe 7. Superfob, J12, Nampe 7. LPC, siehst du. Ist durchgegeben. Brauch Mercer auf meiner Position. Im Ohr, habe ich durchgegeben. Habe ich durchgegeben. Ah, Feindkontakt. 1,05. 1,05. 1,05. 1,05. 1,05. 1,05. 1,05. 1,05. 4, HS3, J12, Nampe 7. Genau. Ja, ja, bestätigt. Kannst du smoke? Ja. Genau, J12, Nampe 7, ja. Kannst du einen Mörderfall korrigieren? Tanks sind da, klingt schief. Verstanden. 1,05. 2,05. 1,05. 1,05. 2,05. Wo warst du, Fuller? Ah, J12, Keypad 1. Copy. Ich habe es reingeschrieben. Verteilt euch mal auf das Gebäude hier bitte gerade. Ich habe den Tank vertrieben und brauche Money. Meiner das Armour. Tyson Hybridzeug mit ins Gebäude, bitte komm. Wir holen gerade ein 2. 1,05. Wir kriegen Feinde close. Nemo Feinde close. Word 4. 2 Feinde erledigt. Squad it is down. Habe ich erledigt. Keine Degrees, ich weiß es nicht. Pass auf. Squad ist komplett aufgesplittert. Ihr könnt zuschlagen. 3 Feinde erledigt. Squad 3, hier ist Word 2. Sie splittert. 4, schön. Medic? Ja, natürlich. 5. Squad 3. Wir holen gerade den anderen Weg. Wir holen einen Tank von hinten, ja. Bitte nochmal. Habt ihr Möglichkeiten einen Tankrand zu holen? Was brauchst du? Ob du einen Panzer besetzen kannst. Einen Panzer können wir besetzen? Ja, aber willst du den zweiten Panzer besetzen oder nicht? Könntet ihr den zweiten jetzt besetzen? Ja, habe ich. Den zweiten nicht besetzen oder doch? Habt ihr die Möglichkeit ihn jetzt zu besetzen? Wir kommen ins Gebäude rein, nicht schließen. Bestes Ende. Dann dürft... Wir stinken mit unseren APCs richtig gut gerade. Okay, dann ist gut. Alles klar. Wir nehmen den zweiten Tank später. Schön verteilen, ich muss gerade ein bisschen kommunizieren. Moni? Hier. Wo? Wo? Hier. Hier liegt es. Danke. Kein Ding. Shit hat nicht gereicht. Okay, bis gut. King Chief. Moni hat nicht gereicht. BTR getroffen? Verstanden. Negativ. Wir haben ihn nicht getroffen. Das war auch von uns. Komm. Feinlich am Schiengewächtschütze. E7. Keep it. 7. Hat jemand Tankkontakte gereicht? Aber. Negativ noch nicht. Ähm. Fuller. Schrefe. Smiley. Wie gucken wir uns hier? Der Rest hätte hier in dem Haus bitte die Stellung. In down. Close. Close, alles klar. Aus welcher Richtung? Fuller. Richtung F.O.B. Close. Ja, das kam aus Richtung Norden. Ich hab die Schüsse noch danach einschlagen gesehen. Augen nach Norden, Jungs. Du liegst draußen, richtig? Ich lieg draußen, ja. Fop ist nicht spawnbar. Die sind an der Fop. Fuck, ne, du kriegst immer noch, du kriegst immer noch Feuer. Ja, es ist morgen am besten. Wir sind gleich an der Fop. Smoken wir da gerade, ansonsten haben wir Smoken. Ja, ja, wir smoken gerade, wir smoken gerade. Wir müssen Fuller wiederholen. Ich hab die Smoken extra ein Stück weiter weggekommen. Ah, find Lodgy. In Golf 12. Direkt Richtung 300. Bestätigt. Komm, komm, komm. Hey, dicke, Fuller, komm. Was tust du? Ja, alles gut. Wo fährt er hin? Wo fährt er hin, Opfer? Ah, der... Du fragst, ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Ich schätze mal, der ist praktisch, ähm, in Foxtrot 12 in dem Gebäude, das könnte sein. Du bist in Foxtrot 12. Ja, genau. Und da ist noch ein anderes Gebäude praktisch. Da könnte er sein. Du bist in Foxtrot 12. Okay, ich müssen. Kann ich? Hat ein... ...hat irgendwer Sichtkontakt nach Norden? Ich dachte, ich hab ihn nach Norden, ne? Aber... Lu, äh, Quatsch, Fuller, Smiley, Schrefe, mir folgen, wir begucken uns hier Ich bin im Gebäude ganz oben, ich krieg Beschluss rein, sobald ich aus dem Fenster guck, die sind direkt an der Vorbereitung Verstanden Squad 2, 1, 2, 4 Höre Wir haben Feinkontakt an der FOB, close to uns Fertig, ist die Gesichter in, äh Ja, Kipp, oder? Copy E8, Kippe, 3, feindlicher APC gesichtet Okay, jetzt sind wir zu dort, kommt Fuller, kommst du runter, ich brauche eine Säge, die uns deckt, wenn wir hier crossen APC rückt, wer davor nach Norden, nach E7 Super Jungs, super Jungs So, jetzt gehst du voraus Bestätigter Feinkontakt an unserer FOB hier Vorbei oder links? Rechts Fuller, da? Ne Na, Fuller, wo rennst du hin? Ach, wer? Geht's noch in Richtung Einer an der Smoke von euch dabei, Erik? Ja, hab ich Wo willst du mich denn haben? Am Movemarker, bitte, am Movemarker Wir buchen uns hier, äh, direkt auf die Straße hier, dass wir crossen können quasi Alles klar Du kannst dann an unserer jetzigen Position deployen und wir crossen dann, wenn der Smoke sich, äh Feindliche Squad, H8, Kippet, 8 Ist das ein Feind APC Richtung Nordosten? Ganzes Squad Ja H8, feindliches Squad? Ja, genau, direkt zu euren, äh, Südosten, ja, Südosten Meinst du jetzt hier, oder? Ja, H8, Kippet, 8 Ah, Kippet, 8 Ah, Kippet, 8 Ja, genau, H8, Kippet, 8, wo die zwei Blueberries sind Ja, wir müssen, kommt, okay, ready, copy, los, kommt, kommt, go, 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 rüber, rüber in die Alley hier Okay, der dort schießt ihn nicht Rein, 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 ich geb Cover Alles klar, ich will auch nachkommen Ich glaube nicht Sammon, jetzt Sammon Copy Ähm, vier hier ist drei Habt ihr im Nordwesten Rauch gemacht? Was können wir als Spotter sehen? Hat er noch ne FOP gefunden mit dem Truck, oder sowas? Er hat definitiv nen Lodgy gesehen, nen Lodgy, der hat da auch einen gehalten Oberste Stockwerk, oberste Stockwerk Wir sind hier in CapRange, das ist gar nicht so verkehrt, Jungs, wir können uns hier auch verteilen in der Alley Ne, ich sehe nicht, da ist nicht im Grund Passte auf, das sind immer noch Dreieckenlaugte Versteht euch Auf jeden Fall den großen Truck, der hat Kiegelenkt Ähm, Opfer, wo ist der Lodgy jetzt gerade? Äh, ich hab jetzt keinen Sichtkontakt, ich bin jetzt auch in einem anderen Gebäude dran, da ist der jetzt auch nicht Aber der muss ja irgendwo umgedreht sein Ja, der muss dann umgedreht sein Ist der jetzt in uns? Ja, ja, ja Einen Tank haben wir schon in Coastal Settiment stehen, der hält hier schon rein Hier, hier ist drei, könnt ihr die befändlichen Mörse ausfindig machen, so dass wir sie counter können? Schwierig, muss ich gucken, muss ich gucken, das wird bestimmt diese Bob verbundenen J11 sein Und das ist nur eine Vermutung Äh, mein Spotter findet den Lodgy Truck da unten nicht mehr, keine Ahnung, wieso, ähm Also wie der sich verdünnisiert hat, ähm Passt auf mit eurem südlichen APC, dass wir nicht flankiert werden Ich kann mir nur vorstellen, dass er umgedreht ist Ja, glaub ich nicht, aber wer weiß, keine Ahnung Wir sind hier erstmal im Cape Ranch, das ist gut, wie sieht's bei euch im Gebäude aus, Tyson? Alles clear Squad 2 kriegt heftig auf die Fresse, ähm, passt auf das Achtung, Squad 2 ist down, massive Feindkontakte, Hotel 7, Keeper 3, beide Gebäude APC, direkt auf Nord-Ost Hotel 7, Hotel 7, Keeper 3 ist, wo alles Feuer in den Gebäude, also Augen auf Besuchen, du wirst uns schon nicht wissen Hat jemand Ammo? Negativ Feindkontakt im Norden Der müsste bei, bei dir kommen, äh, King Bestätigt, okay, Augen auf Jungs Strefel, komm mal ein Stück mit zurück, dass wir jetzt hier in der Nade drauf kommen, wir gehen auf die andere Seite der Erde Die sind jetzt zum Wasser gelaufen Strefel, Strefel Komm ein Stück, Strefel, komm ein Stück zurück Äh, ich hab nur zwei Stück gesehen Okay, okay, genau, gehen wir da hin Könnten auch mehr sein Find APC West, Klaus DTR Schief sollen wir den zweiten Teil, kannst du leichter benutzen, oder? Ist direkt auf 70 Ja, ja, ja Also können wir den benutzen, ja? Ja, wenn ihr jetzt die Leute habt, auf jeden Fall, ja Ja, wenn ihr jetzt die Leute habt, auf jeden Fall, ja Find APC Find APC Find APC, zwei Stück Ne, einer Ein Find APC, direkt südlich von mir Ich brauch Keypads, das bringt mir nix Ich weiß auch nicht Ich weiß auch nicht Okay, warte Ähhh G11 Er bewegt sich noch G11 Keep it 1 G11 Keep it 1 2 APCs G11 Keep it 1 2 APCs Okay, ist jetzt In, kann auch mal Ja, okay, ich hab's durchgegeben Das war auf jeden Fall hilfreich mit G11 Das ist besser als Asana Mein Squad aus dem Gebäude Jetzt ist Squad 2 bei euch Bitte versucht da hinzukommen Und dann auf die Straße zu uns in die Allee zu crossen Wir verteilen uns jetzt hier wie die Magen Feindliche Einheiten auf 3 3 0 Feindliche Einheiten auf 3 3 0 Feindliche Einheiten auf 3 3 0 Der APC ist jetzt in Foxtrot 11 Keep it 5 Verstanden Troy, du hast grad ein Friendly erschossen Lefty Bitte kommen Ah, scheiß Lefty, bitte kommen Feind APC mal ein bisschen warte auf Ja, warte Ja Feind APC, Foxtrot 11 2 Stück Gold, elf 2 Stück Foxtrot 11 2 Stück Okay Sehr gut Infanteriekontakt Südost, Klaus 50 Meter Copy Okay, bis gut Ich bräuchte bald nen Sanitäter Feindkontakt H6 Keypack Keypack 8 Ja, die gehen jetzt auf Squad 4 zu Äh Dann ist denn der wir Auf Squad 2 Gegnerkontakt nahe Leute Nördlich von uns Bei, äh King Chief Verstanden Der müsste direkt auf der anderen Straße sein Feind Feindliche Lärtschütze direkt bei mir Äh Nordosten An diesen Weltlash-Hippen Ok, der Feind APC müsste jetzt irgendwo ein Foxtrot 9 sein Copy, bestätigt, geb ich durch Direkt Nord von euch, von der Strafen Seite Foxtrot 9, Feind APC, Foxtrot 9, Feind APC Müsste Keeper 2 oder Keeper 3 sein Oh Fuck Bei mir erwischt King, ein Keeper weiter rechts Ein kleines Keeper weiter rechts Ein kleines Keeper weiter rechts BMP down In dieser Gast So Ja, ungefähr da Höre ich den auch Da schießt er auch raus Ich seh die Schüsse Feind Infanterie direkt auf Ja, genau Wenn ihr könnt, Rebizzoe Tyson Crossen mit Smoke In Richtung unserer Alley Wir sind vom Cap Ranch Also ich bin grad gestorben Brauchen wir einen Hubschrauber In der nächsten Zelle Soll ich mal wieder nach unten laufen Negativ Ähm Bitte wieder versucht zu scouten Du wasser Kommt zu uns Du wirst ja nicht mehr lebend hinkommen Kommt zu uns Spawnern der FOB In Gamal 8 Der sitzt jetzt hinter der Mülltonne Da, direkt an der Ecke Feind Infanterie Das Hardkit rausgenommen Direkt auf mir Feind Infanterie Nice Ja, Fuller südlich von dir Müssten auch noch Gegner sein Jetzt An der Häuser Ecke Jo, die Smoken jetzt auch südlich von dir Der eine hat eine Smoke rausgehoben Hybrid Soul Tyson Bitte Hybrid Soul Tyson Auch das ist ein Zufuler Ess-App Zu Fuller Ess-App Soll ich hier auch oder warten? Wart bleb hier Reicht wenn ein Medic da ist Ehh Smoken morden Schwefel bitte mit Smiley Position tauschen Schwefel Smiley Position tauschen Was meinst du? Ach du Wird ihr beide Position tauschen genau Du nach vorne Der medic nach hinten Opfer zu unserer Alley aufschließen Auf dem weg Quai, bitte auch zu uns aufschließen Lou, dasselbe Ja, bin auch hier Sehr gut, wir bleiben hier Squad 2 kontrolliert gerade das Gebiet, aber ich glaube die werden bald überrannt werden Opfer, bitte weiter zu Fulor mit durch Rallypoint nicht available Infanteriebewegung im Osten Richtung Norden, östlich der Gebäude Ja, und ja, wir sind hier in Cap Range, das ist das Ding, also wir müssen hier ein bisschen aushalten Schasse Nicht rüber, nicht cross Nicht, nicht cross Vielleicht MG Copy Dritter Stock oder Top Level, weiß ich jetzt nicht genau Ah, wahrscheinlich Top Level, da war der vorhin auch Smiley, aber das kenne ich zu viel, das ist unser Medic Wir brauchen Medic Wir brauchen Sanitator Sunny Sunny Sunny, Sunny, Sunny Sunny Wie hast du das denn geschafft? Pass auf Kann einer von euch bitte noch Richtung Süden decken? Also einfach nur zur Sicherheit einer einfach machen Roger, hier Maschinengewähschütze machen das auch Aber Maschinengewähschütze wäre besser wenn er im Norden steht und da versucht die östlichen Ziele rauszunehmen, wenn es möglich ist Äh, grüßchen wir haben Infantrie Nordisch close Pass auf der Feuerwehr Dann bräuchten wir sofort überwenden uns doch gleich Äh, ich weiß wo auf dem Haus sitzt Smiley, bitte, Smiley, Straße Smoken bitte Smiley, Straße Smoken Jo Nicht, nicht, nicht Was? Was? Naa, der Cry, oder? Äh, oh, pardon Äh, äh, der Schütze auf dem Dach, der ist eine Tasche unterm Dach Ja, der höchste Stock, sag ich doch, auf dem Balkon, ne? Nein, jaja, auf dem Balkon, auf der genau Wartet, bis der Smoke fertig ist Infanterie östlich, südöstlich, da ist der Flagge Verstanden Wie sieht das morgen aus? Ich geh jetzt erster Wo ist unsere Hälfte gehen? Okay Okay, der erste kann gehen Okay, ich geh, 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 geh Oh, Schasse Wir sind hier berannt hier oben Lauf weiter, lauf, wenn's geht Ich bin meinem Krossen gefallen An alle feindlicher Transport Lauf weiter, der Rest weiter laufen Lauf, lauf, lauf auf jeden Fall weiter, der Rest weiter laufen Wir schließen erstmal auf, nicht aufgeben Infantrie aus Nord Infantrie aus Nord Fop down by Coaster Settlement Feinde greifen wir an Fop down, Coaster Settlement Infantrie nach Ich hab den zweiten Tank Weil wir hier die Flagge erstmal halten müssen, hab ich den anderen gegeben Da haben wir jetzt keinen Kopf, wir müssen hier drüben bleiben, das geht nicht anders Kurze Einschätzung, kriegen wir hier einen Haken aufs Dach hoch? Ich sehen Ich hier Ich glaub, ist noch ein Medic hier drüben Ein Moment, ein Moment Passt aber richtig auf Danke Kontakt mit links von der Straße Kontakt am Marker Weg da Ich hab alle vom Haufen gespürt Schasse Medik Bischofs Aus Süden Dankeschön Passt auch, der ist hinter der Mauer, da hat er nicht rassen sollen Medik Jetzt gut decken Schasse Hey Dicke, wenn ihr euch alles zu tun habt, nehmen wir nach hinten auch ab Unser Tank unterstützt jetzt auch bei Coaster Schwarz-Weiß Schasse Ich hab versucht das zu halten, Coaster wenns geht Ja, alles ist drin drin, nicht drin drin Du brauchst den Medic, den Betonblock Alles klar Alles klar Was ist die Feuerwehr, wenn man sie braucht? Kontakt im Norden Copy Kontakt im Norden Kontakt im Norden Wie ist der Status bei euch da vorne? Nichts sehr gut, wir werden hier bald aufgerieben Copy Okay Medik Das war zwar, der hat auch schwere Verluste Aber wie gesagt, die werden überraht Ich muss alles vorhin da sein Feiner Marker Feiner Marker Feiner Marker Fuller, ich brauch Feuer-Support direkt auf dem Marker Jetzt Da rennen 3 Leute am Marker In der Gasse Die Smoken Die beweifen sich irgendwen, wo ich da getroffen habe Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie Ich sehe sie, ich sehe sie Ich schieße sie Ich schieße einfach nur auf das Heißdach rein Die passiert Okay und ganz korrig Ja Ich geh ran, ich geh ran, ich geh ran, zu person, schuld zu person Lade nach, lade, lade, lade Copy Stopp, stopp, stopp! Warte, warte, Fuller. Ja, das ist nie wieder. Weitere Feinde, weitere Feinde! Schmeißen, Nade und... Ah, Fuller hat gehen halt. Keine Ahnung wie es ausgegangen ist, ob wir einfach eingehalten. Ich auch, ich auch. Feindboot, fährt Richtung Coastal Settlement. Squad 3, Squad 4. Oder Richtung Brücke. Squad 3, Squad 4. Ja, 4. Feindboot Richtung Butsch. Jo, willst'n wir? Haben wir noch nen zweiten Tank, den wir jetzt nehmen können? Negativ, der Ende ist durch ne Artikel im Dorgen gegangen. Copy, ne, es gibt grad nur einen Panzer, Fuller. Achtung, Feindboot, Foxtrot 7. Feindboot. ATGM. Oh mein Gott. Nice. Verstanden, Squad 2. Das kann ich dein Ernst sehen, ich hab das Phob jetzt grad entdeckt. Wo? E, 7. Keep it, 7. Hier oder was? Ja, ganz genau. Copy. Alles klar, ich hab's durch. Enemy FUB in India, 7. Keep it, 7. Okay Leute, wir spawnen, das bringt nichts. Ich spawnen wieder, wir spawnen in G8. Die Form ist grad unbewacht, aber weil ich dort angekommen bin und getötet wurde. Naja. Ähm, ich möchte bitte, dass Lou und Opfer als, warte mal, wer ist denn der Wüter? Quai ja. Nehmt Quai mit, Quai, Lou, Opfer. Setzt euch ab von, setzt euch ab von uns und findet einen Weg zu der Phobie, dass ihr nicht entdeckt werdet und zerstört das scheiß Ding. Ich hab eine gute Route, ich kann euch führen. Mach das, mach das im lokalen Bereich bitte. Also wir sind down, nördlich von Squad 2 sind Gegner jetzt und wahrscheinlich kommen zu der Alley da. Vorstanden. Die pushen südlich runter von Norden, die, den Hauptweg. Werden da? Okay, los geht's. Special Spot. Ja, zwei waren auf der Hauptstraße. Oder mindestens einer zumindest. Also noch andere kamen von der anderen Seite, also es werden wahrscheinlich ein paar mehr sein. Go, 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 go. Oh, Mörser, stopp, stopp, stopp. Willkommen Mörser rein. Wartet Jungs, Mörser. Bestätigt. Ja. Ja. Spawn halten, oder? Achtung, Feinden Mörser, Volt 7, Keypad 3 ungefähr. Scheiße, an der Fob, Feinden. Feinden Fob. Zurück Feinden Jungs, zurück Feinden, Feinden an der Fob. Auf der Brücke, auf der Main Road, auf der Main Road, auf der Main Road sind Feinden. Schöner. Sag mal den Panzern, die sollen mal... Ein Gegner an der Fob down. Squad 3, wir brauchen Feuersupport auf unserer Position. Squad 4. Verstanden P, ich komm. Wir kriegen Feuersupport durchhalten Jungs, und die Fob verteidigen. Ja, Mettinger. 4. Verstanden H. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. Copy, okay. Sieht's in der Karste drin. Alles klar. Der Feinsport Osten von mir, im Gebäude. Hast du von die Otter? Fuller bis hier? Ne, wird mir euch ja nicht zeigt auf der Karte. Verteilen Jungs, sind nicht alle hier. Ey, Buddies! Ja, guck mal auf unsere KD, wir gehen nur da unten. Haha, aber guck bei den anderen sieht's nicht besser aus, ne? So, und sie sieht sogar besser aus. Wir gehen vorne, wir gehen vorne. Frau Habler? Ja. Also es war nur tatsächlich ein Gegner in der Form, aber die haben die jetzt gespottet halt, ne? Ja, und das ist scheiße. Okay, anders Jungs. Lou? Lou und Opfer, ich möchte, dass ihr beide in dieses Gebäude geht. Ich glaube, wir machen dann richtig Risky-Shoot. Okay, soll ich beim Rifleman-Gate bleiben oder zum Beispiel auf Fernkampf gehen? Gerne auf Fernkampf, der Rest folgt mir bitte. Ihr seid quasi die Überwachung für die FOB hier. Ja, positiv. Hätte hier oben einen FSC beschossen. Gebäude der SV2. Verstanden. Ich muss schon in ca. 5 Minuten weg. Okay, Schauder. Ah. Ja. Ja, wir kriegen Mörser-Beschuss jetzt auf der Fortposition rein. Bewegt euch mal da weg, vielleicht können wir die wieder aufschrauben. Das war ein feindlicher Infantrist auf 165. Achtung, gebt der Gau, ich krosse. Feindliche Infantriers beim roten Auto. 30. 30. Infantrie am Arker. Äh, läutern alle, die FOB auf Golf 8 ist aufgeklärt worden. Die sollten vielleicht irgendwo Ersatz schaffen. Bestätigt. Bestätigt. Achtung, Achtung, Achtung. Leider ist, Leider ist. Auch Leider ist hier oben. Welche Etage? Wester. Ganz oben. Copy. Suche aus, fang die Feuer. Gott 4, tank ist ab. Feind ist aus, fang für den zwischen Norden. Können wir den nehmen, oder ist? Feindliche A ist jetzt auch nördlich von der Straße wieder. Ich smoke mal die Straße aus. Ach du lebst noch? Ich leb noch, naja. Sag das doch, ich hab doch Patches. Ich komm hoch. Nord-Osten, 50 Meter Feindkontakte in der Gasse. Copy. Mindestens 2-3 Mann. Wird auch stark bewacht. Meine Granaten waren jetzt nicht so weit. Auch der Warten höher. Fuhler, ich bin jetzt auf der Etage. Hier oben immer noch. Ganz oben. Und du weißt, 50% fäls. Ah, shit. Hab auch noch einen Patch. Ja, ich bruch ihn langsam raus. Ich bruch ihn langsam raus. Kriegen wir ihn? Schnell schnell. Äh. Das ist leider das letzte Patch war ich auch. Ich brauch ne Medic hier über den Spotty. 210. Südlich. Die oberste Etage. Ja. Ja. Nemo. Äh, 3 Mann, 3 meiner Männer versuchen jetzt die Pops zu zerstören. Sie gehen in großen Bogen. Deswegen lassen sie hier noch die Stellung halten. Positiv. Ich vermute mal, die haben eine RVB im Süden. Wiederhol nochmal auf Nord-Osten. Oh, shit. Hm. Fein Kontakt Nord-Osten. Kopf runter, Jungs. Fint da unten. Wo kam das denn mit Tische? Hab ihn. Komm an ein Dach, komm an ein Dach, kommt das. Wir haben einen Kaluss. Ich steh mich schon, Medic. Hey, siehst du, siehst du. Ah, super. Ah, super. Ah, super. Wo liegst du denn? Ich glaub, die sind auf den Dächern. Oh, Medic. So, oberste Steppen. So, oberste Steppen. Scott, die da 2 ist da. Ne, ich bin hier, ich bin hier. Ja, hier. Ja, pass auf, wir werden engagelos. Nice, alles klar. Ich weiß. Äh, der auf Norden war. Könntest du mir den Smiley überstehen? Copy. Smiley? Ne, oh, ich komm gleich. Kleinen Moment. Was war ich denn? Ich deck das Gebäude Richtung Norden auf der Treppe. Okay, alles gut. Jo, ich komm runter. Ähm, die? Ich bin gut. 4? Ja. Ihr habt das Gebäude, wo ihr jetzt drin seid, dann nehmen wir das südliche Gebäude. Copy, alles klar. Ich habe 3 Leute zur Alphalie-Bewachung abgestellt. Ja, 4. Äh, alles gut. Ähm. Wenn ihr Möglichkeiten habt, nehmt ruhig den zweiten Panzer. Wir versuchen hier wirklich jetzt erstmal drüben zu bleiben mit der Infanterie. Wir haben noch Kapazität, wir nehmen jetzt gleich den zweiten Panzer. Copy. Okay. Cooler? Ja. Seid ihr noch da? Ähm, ich habe den Tank, weil der steht gerade in der Main. Wir sind jetzt hier, ich habe den jetzt vor 3 gegeben, ja. Wo brauchst du ein Medic auf den Stunden? Dass wir das Feuer-Support kriegen. Akkurat der Beschluss auf 75 Ost-Ost. Äh, Chief, darf ich mich in ein übersichtlicheres Gebäude begeben? Wenn, wenn du die Möglichkeit hast, ja. Okay, danke schön. Ja. Enemy-APC Süden. Medik, Medik, Medik. Medik, Medik. Medik, Medik. Medik, Medik. Medik, Medik. Medik, Medik, Medik. Medik, Medik, Medik. Oben im Haus. Oben im Haus. Dritte? Richtung Südwest unterwegs. Okay, ich guck mal. Am Fenster oder wo? Ist hinter den Gebäuden verschwunden. Ah, hier, hier. In Richtung Norden, ganzer Squad. Gut, danke. Bitte. Die wissen. Jo. Nordausten im Compound. Valley Point nicht verfügbar. Ich sag so ungehend, wir werden natürlich im Nordwesten 330 frankiert, ne? Ja, die sind in Ordnung auch gerade. Ja, die sind in Ordnung auch gerade. Achtung alle, mögliche Feindansammlung. H7, Kipett 7. Bereiten sich für den Angriff vor. Und ein Tank könnte möglicherweise die Hauptstraße decken. Ja, die haben nach vorne gemerset. Sind sie immer noch aktuell. Friendly Combo, Friendly Combo. Friendly Combo unter. Area. Area attack. Auf was? Wo geht er drauf? Auf uns. Also sprich FOP. Warte. Auf die Brücke mehr oder weniger. Hinter uns. Äh, Südwesten. Boah, die fadern hier ganz schön nieder, ey. FOP ist weg. Ja, ihr habt Kontakt nicht. 4, ihr 3, eure FOP dauert. Äh, der ist gerade zwei. Ja, gegen die Schilder. Ja, gegen die Schilder. Ja, gegen die Schilder. Auf der Straße. Auf der Straße. Du hast ja nicht so. Seid ihr alle? Wir gehen ein bisschen scouten mit nem Heli. Copy. Ähm, könnt ihr beim scouten uns zwei Crates wenigstens noch droppen, geht das für ne neue FOP hier? Bei euch in der Nähe? Ja, zwischen Spot 4 und 2, das wär nice. Aber Vorsicht, wir sind echt umzingelt. Ich weiß nicht, ob das zu heiß ist. Final APC im Süden. Oh, Hartsegen, keep it. Auch Infanterie im Süden, close. Boah, für fuck's sake, dann schreiben mich auch alle jetzt an wieder, ey. Nails, Nails. Wohin, welche Grinner, die dort ausführenden Kamper. Ja, besser ist das. Soll ich eigentlich aufschließen oder weiter hier Stellung halten? Du hast den Area überlebt, die Euphobie nicht hörst. Nord-Osten im Compound, Leute. Oh, ich werd jetzt unter dem Schuss stehen. Scheiße, jetzt bin ich down. Copy. Ja, ich hab's überstanden. Es sind noch mehr gegen Nord-Osten, wahrscheinlich ein ganzes Squad Nord-Osten. Achtung, Brücke könnte jetzt angegriffen werden. Soll ich spawn high schon? Ich versuch den Valley. Ich war nicht weit genug. Valley, Valley nicht der Welwe. Jo, wir spunken jetzt noch aus dem Compound, haben wir nen Grenadier? Wenn ja, dann auf geht er. Haben wir nicht der Blei-Helikopter oder so'n Shit? Ne, ich flieg gerade, aber ich hab Squad 3 angefunkt, ob die mal jetzt hier ne Quade droppen können. Sollen wir wieder an der alten Position droppen? Äh, negat... Ich guck mal die alte Position mal an. Habt ihr schon eine, ihr dropped eine Quade? Negativ, Nord-Osten ist jetzt gesmoked. Ich hab den Eingang Richtung Norden. Lou, ist an der alten FOB-Position. Feinkontakt. Na, bis jetzt überhaupt nichts. Ja, ich hab noch Muni. Kannst du ganz nach oben kommen? Ja. Ich geh jetzt mal kurz in die Position und schau, ob da noch ein Crate ist. Ich versuche mal mit Noddy über die Brücke zu rushen. Dann können wir da die Crates... 4 für 2, bitte komm. 4 hier. Äh, meint ihr, ich schaff das alleine? Vielleicht sollten wir noch ne FOB auch ziehen. Irgendwo Hotel 6, Keypad 7 war jetzt ein Vorschlag. Wäre auf jeden Fall ne Idee. Dann bräuchte ich auf jeden Fall Crates. Dann, überhaupt nichts mehr da. Ich hab auch keine Fernkontakte. Äh, an die APCs, ähm... Könnt ihr uns DECO geben? Squad 2 würde eventuell noch ne FOB Ich krieg dich nicht wieder, keine Ahnung, Alter. An Hotel 6, Keypad 7 errichten. Ah, das ist also hier, ey. Ich glaub, die sind schon wieder weg. Habt ihr ne Smog-of-Nord-Osten? Ne, ne, das waren Gegner. Das waren Gegner vorhin. Süd-Ost-Klaus in dem Gebäude, im 2. Gebäude. Nicht direkt bei uns, sondern 1 Gebäude weiter. So, in einem Backstrom-Gebäude weiter. Sind die drin, da ist der Squad. Jo. Äh, vereinzelte Infanterie-Kontakte. G9. Keep it 8. Vorstanden. Thanks. So, ein Negativ-Block. Erlauben ist, dass ich temporär ein Sniper-Kit nehme, damit ich das überwachen kann. Ah, sorry Lou, das ist echt nicht. Ja, okay. Ich muss auch gleich weg, ne? Wir versuchen mal in das eine Gebäude zu kommen. Da gehen wir uns an der Piste entlang, bauen ziemlich einfach schon. Dann bleiben wir ein paar Leute zu killen. Ja, alles klar. Soll ich weiterhin spawnen halten? Ähm. Wir müssen mal kurz warten, was Squad 3 jetzt macht. Der hat einen Logi. Oh, nice. Pass auf, da sind Feinde, wo der Logi, glaub ich, grad hinfährt. Ja, die fahren grad direkt auf Feinde zu. Ach du Scheiß, wo gehören die dann hin? Keine Ahnung, auf jeden Fall fahren sie auf Feinden zu. In Süd-Ring oben. Okay, ich hab hier definitiv Kontakt in diesem Gebäude. Ich glaub, wir haben einfach eine Crate platziert. Hier, ich dropp. Okay, ich hab Kontakte ausgeschaltet. Ich dropp gleich eine Crate bei dir, ne? Aber ich kann dann... Ich hab keine 1 oder 2. Ich kann dann Leute hier unter der Brücke wieder auffüllen und, äh, uns bringen. Wenn du willst. Ey, 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 ey. Obwohl du bist da gerade. Ja, bring den mal in eine Main. Das ist gar nicht so voll cut. Ja. Dann kannst du auch, äh, dann kann Deadpool in der Main spawnen. Roger. Okay, dieses, äh, zweite Gebäude, das ist jetzt hier. So, ich bin dann alle durch, äh, Top wird... Ich bräuchte um ein Gebäude mal irgendjemand, der in Medico errichtet. Ich bin ungefähr auf, äh... Ja, das hat, äh, äh... Okay, das ist... Hotel... ...6... Ich schieße ihm mal in den Rücken. Bei Nord-Osten, die ist ein Kapuf da drinnen, wo ich den ganzen Zeit mit dem Mösser, mit dem Launcher hinschießt. Da ist eben einer von links nach rechts gelaufen. Ja. Copy. Die tasten sich jetzt ran. Weitere Kontakte. In der APC aus Ost. Oh, hier ist alles voll mit Kontakten in... ...Hotel 6... ...Smiley. Wo? Wo? O, der vorletztes? Auf weg. Hier, Infanterie direkt am Marker. ABC kommt, ABC kommt. Also, das ist jetzt. Pass doch mal in die Position, dann ist er ok. Ja. Genau. hast du auch da kommt ein apc rein aus ost schön kopf unten halten und da war eine ja richtung 60 ja ich gucke in die gasse richtung 60 da ist er nicht mehr ich stehe außen ich stehe in die gasse rein ich will ihn gerade wegrennen laufen sehen du bist gut ja könntest du auf den bohren? ja dankeschön kein denkmal ist down ist down renavi ist down gute arbeit ne ne ich meint nicht die gasse ich meint das gebäude hinter dem hinter der gasse hier wir haben eine small crate eine small crate haben wir gekriegt wer money braucht wo ist sie? wir haben einen marker das gescheit ich treffe nicht sein wenn die zweite kommt place ich ja noch eine fob aber wenn wir nicht zu nah dran sind dann erneut haben wir einen bridge verloren wir kümmern uns um die brücke copy, squad 3 kümmert sich um die brücke ich schaffe das wir schaffen das mit der brücke die sind auf der anderen uferseite fast bei der fob ja squad 3 übernimmt das jungs beruhigt euch jungs beruhigt euch jetzt wo ist die crate? keine ahnung auch wenn squad 3 gesagt hat die übernehmen das hybrid soul loo und äh deadpool helft bitte bei der bridge mit lasst den lutschen ein paar meter früher stehen in sicherheit und dann geht da jetzt irgendwann tristen mit rein wir halten hier die stellung squad 2 hier squad 4 ja die sind auf der anderen plusseite angek... okay ich bin jetzt recken guck lieber auf unsere seite es sei denn du kannst hier engagen dann halt raus darf ich die brücke auf E8 jo die haben mich in Geld aber mich könnte die brücke auf E8 zerstören wenn du willst ne gerade nicht lass sie würd ich erstmal verteidigen selber 2 der crate kommt sehr gut ist sie crate noch unter feuer jungs? ne ne das war ein freundlicher freundlicher APC der darauf geschossen hat wir kriegen jetzt eine zweite crate ich versuch dann halt ein LFOB zu placen wenn die nicht zu nah dran ist an diese position marschieren 200m das wird knapp ah pass auf hinter der brücke hier war ein gegnerischer APC ne also südlich von uns copy ich hab da auf jeden Fall vorhin irgendwas langfahren hören wir haben Smoke auf 1,20 Achtung bitte bitte mal kurz hoch gehen ich versuch hier eine LFOB zu placen alles klar Achtung Alter was ist denn da passiert? hab ich dich runter gezogen mit dem Plays ne was? ja kannst du die mal bitte aufschaufeln ja kannst du die mal bitte aufschaufeln auf 1,20 ne ist das unser? was? copy bitte schaufeln Schrefe ja das hätte ich auch spreng können Achtung Leute 1 BTR und 1 Panzer an Echo 9 Echo 8 an der Brücke vorbeigefahren die kommen möglicherweise durch den Tunnel die sind bei uns im Gebäude verstanden Echo fliege die Brücke 2 2 2 da sind noch mehr dann warst du nah nicht legt dann die wir eine Mine Loo vom Minen in den Tunnel Loo vom Minen in den Tunnel wird er der APC ist schon im Tunnel der kommt raus Schmeißen die Jo die haben aus dem Smoke östlich geschmissen wenn der jetzt Achtung Achtung Fightlogy Fight BTR kommen durch den Tunnel die sind auf Echo 9 gespottet an Enemy Launch und Enemy APC im Tunnel Pulau wie ist der Feinkontakt jetzt hier? BMP ist da ausgetroffen guter Schuss da wo ich schon die ganze Zeit reingeschossen hab ok der hat halt 7 Kippe 3 und die Kante aber ich bin safe hier oben das war ein einverzieser Schuss ah ok ist klar Feinde errichten dann vor im Tunnel Feinde errichten eine FOB im Tunnel Feinde bauen eine FOB im Tunnel bitte im nördlichen Eingang Verstetigt im nördlichen Eingang? oder südlich? Ja ich hab da einen in der 7 Kippe 7 verstört wenn es noch mehr drin ist Ja King, mir geht dann so wie in die Zone aus wir haben Quades Digga wir haben Quades am Marker wir haben ja auch schon LVB in unserem Haus ja ich weiß was war das? Granaten am Mordeingang ich hab ne Granate in den nördlichen Eingang geworfen Anime Logi zerstört Squad Leader und Rifleman tot sehr gut gute Arbeit und ok Kopp zerstört sehr gut an alle Squads die FOB im Tunnel ist down wir werden jetzt die E8 wir werden jetzt die E8 verbieten bitte verbieten die Brücke in E8 und Marker sie positiv Panzer rückt auf immer noch macht euch jetzt so bereit dass wir die Flagge jetzt hier holen jetzt gibt's jetzt wird zurückgeschlagen wir können die Flagge nicht cappen wir haben zwei Panzer und Bitsch die werden die also cappen einer unserer Panzer ist down ich krieg da drüben einen Herzinfarkt ich hab jetzt alles gut also was die also die Brücke vermiedern wenn wir wir brauchen das Haus nicht mal verlassen gerade wenn wir im nördlichen Teil von unserem Haus stehen cappen wir also sind wir in Cap-Range und im T-Billing hier sind wieder Feinde drin die FOB hier ist allerdings zerstört also by the way also versucht euch mal bis auf Smiley ist okay da hinten im Süden beim Eingang dann halt alle hier im Cap-Range zu halten also ich würde nicht erinnern dass sie plötzlich von unten hinten reinkommen und keiner das mitkriegt na das wäre nicht so genau ähm Lou wieviel C4 hast du noch? oh drastix kannst du mal bitte hier hingehen das ist ein weiterer Weg ich will es aber dann versuch mal ihre Backup-FOBs rauszunehmen einfach alleine sneaky ja aber du musst richtig aufpassen das ist eine Super-FOB die haben da alles gebaut das du bauen kannst ne? die FOB die FOB die FOB ist wahrscheinlich in ja pass auf die FOB die FOB ist wahrscheinlich in Juliet 11 Keypad 2 in diesem großen Gebäude drin da sollten die Nörser drauf ballern wir haben dafür gerade nicht die Ressourcen das ist das Problem wir haben keine FOB-Infantrie mehr Richtung Osten wir haben sich verzogen ja das wird schon seine Gründe an ich denk mir heute mach ich was ganz gemütliches nein hobszustellen äh King wollen wir pushen Richtung Osten in das Gebäude rein Richtung Osten welches meinst du? ja äh das Gebäude in Hotel 7 Keypad 3 pass auf da hab ich vorhin noch einen Gegner drin gesehen der hier rüber geschossen hat ich weiß nicht ob der immer noch da ist voller Feinds der Captain Bridge zurück langsam wo ist der Feindsport? Richtung 105 hinter der Mauer noch bei dem grünen Auto links davon kannst du ihn momentan nicht einsehen da liegt aber noch einer einer dauernd auf der Gasse guck mal meine Trades kommen wir für hier oder was? ah alles klar erst gleich laufen welche vorwärts hier angreifen wir kommen gleich vom Südosten kann der Hubschrauber eigentlich auch Munitions-Crates droppen? ja nope naja ist doch eine Crate also Muni alter Gegner ist unten drin Scherze des Feindinfanterie auf F9 Keypad 7 die haben mich grad nieder gemäht verstanden ich brusche weg die scheiß Eingänge da steht ja nicht so rum Brücke gecappt na der ist wahrscheinlich über die Seite reingekommen naja volles Wort geht über das Wasser wollen wir jetzt Brücke wollen wir jetzt Brücke nehmen wir in E8 Keepit 3 also gehen über das Wasser also sie schwimmen sie hat sich will sie werden erwischt sie werden erwischt volles Infanteriesport schwimmt in E8 Keepit 3 kein APC bei uns einer sitzt unter der Treppe 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 ich bin da ach sorry heute hast du es aber auch mit Schrebel was Bendy 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 einen Scheißpatch mal komm komm zu mir die wird gerade von mir weggelaufen sorry sorry ich soll halt nicht mal 1-2ピ BMT im Osten, genau vor dem nördlichen Eingang, ist ein BMT BTR 80A ist das Köpfe unten halten, Köpfe unten halten Beschädigter BTR, 100 Meter östlich von Squad Leader 4 Hier und du auch Schön verstecken, schön verstecken, nicht auslobten Sollen wir uns eigentlich anschließen oder woanders hin? Komm wieder zu uns bitte Alles klar Haben wir ne Latt oder so im Squad? Südwesten Infanterie, auf dem Hügel, Südwesten von uns 10 Meter, auf der Straße oben Ja, ja, ich hab's aufgefallen, der BTR 80A Ich komm hier nicht rein Die sind auf der Main Road, Fuller, ja? Die sind auf der Main Road Der APC fährt jetzt Richtung Osten, Südosten weg Frality kommt rein, Frality kommt rein Find APC fährt jetzt Richtung Südosten weg Ich hab das Gebäude östlich von euch Alter, war da ein Head-Kit dabei? War da ein Head-Kit dabei? Negativ Kannst du dem Heli vielleicht sagen, dass ich mich irgendwo droppen soll? Damit ich nicht zu Fuß gehen muss? Negativ, du kannst grad nicht entwucht werden Es sei denn Warte mal, fliegt Achtung an Tank, ich wurde grad von der Head beschossen Auffassen Ich warte sowieso noch aufs Kit Was? Super, kannst du das nach Norden decken? Äh, ja Deadpool hast du Feinkontakte bei dir Achtung an alle, wir cap'n City Department Augen nach Süden, Augen nach Süden, Deadpool hat Kontakt, Augen nach Süden Oh, nach Süden Ja, das war ein einzelner Schleich Was für'n Kit hat der ja? Bitte überprüfen Äh, wir haben möglicherweise immer noch Feinkontakte im G-Building Sieht nach Maximum aus, ganz standard Copy Ich bin noch in eurem östlichen Team Und nicht auf mich schießen, bitte In diesem östlichen Backsteingebäude Jungs, wir cap'n Guck, achtet bitte Deadpool Achtet doch auf dem Cap-Range Gegner sind von nach Hause Hier unter mir Östlich von aus Gegner sind an der FOP Gegner sind an der FOP Verstanden Gegner unter uns Guck Guck Ehm Guck 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 Ach, das war ein Bücher Also, das könnte wirklich nicht schiffiert werden Äh, Feindkontakt Hotel 6 Keypad 5 Wir pushen jetzt durch Gehen, 한번 Ich hab'n, der Bücher ist down Copy, wir haben Heavy Feinkontakt in unserem Gebäude drinnen Und wir cappen nicht mehr APC kommt zurück Ist das wirklich ein E-11? Ja, also Juliette 11, Keypad 1, Keypad 2 da unten Da unten wo ich es gemarkt habe Da ist irgendwo in dieser Halle drin, da ist eine Mega-Fop, also Super-Fop Toe, AA, HMGs, was du dir vorstellen kannst Wir oder wir nicht besetzt sind, oder? Ich denke nicht, also vorhin hatte ich da ganze Rundenanfang Kontakte, aber ich denke jetzt nicht, dass wir besetzt sind Leute, wir haben auch nächstes die Apartments, keine Strom-Fop mehr Ich habe doch schon zwei Momente gehabt Fuck Ich habe einen Moment, äh, vier hier Äh, schraubtet ihr gerade die Pop auf? Wir bauen sie wieder auf, ja Wie lange dauert ungefähr Respawn? Einen Moment, ich requeste Ähm, wie ist der Status F.O.B. fertig geschaufelt? F.O.B. ist ab Ok, F.O.B. ist fertig geworden, also ihr könnt jetzt vorhin halten Da ist leider Infanterie in, also direkt über der Brücke auf F.9, Keypad 7, die mich daran hindern, dass ich über vorankomme F.9, Keypad 7, Infanterie aus Äh, fein Ja, genau Ich habe mir fein hin und hingesehen, äh, Golf 7, Keypad 2, unter der Brücke, die schwimmen unter der Brücke entlang, das was wir vorhin besprochen haben Copy Die kommen da von unserer alten Pop her, wo unsere alte Pop gemacht war Kann man mich wiederholen, oder geht bei mir? An alles kurz, die Feinde schwimmen an der Echo 8-Fop Äh, Brücke, Echo 8-Brücke So dass ich verstehe Ja, ähm Ja, ja Ok APC auf der Brücke bei mir bei Fuller, südlich von euch APC auf der Brücke 75, hab ich Kontakt Na, haben wir Feinde im Gebäude? Im Nordosten hab ich Kontakt Im Nordosten hab ich Kontakt Die sind da wieder in diesem Kaputt drin Da ist drinnen Erdgeschoss Erdgeschoss, einer drinnen bestätigt Ja, war Medic Medic? Medic Verstärkung am Gebäude, ja Kommen Im zweiten Stock am Norden Ist das ein friendly, da? Audio-Kontakt boot Nerf festig, äh, näher TV-Station Medic? Habst du den? Super 2, wir brauchen jetzt hier Hilfe bei der FOB zum Verteidigen Die können nicht zuhören Ich hab ihn, ich hab ihn Komm hoch, komm hoch Ich bin im ersten Stock Hier, Medicat hier Ich bin hier, hier, hier Nicht aufgeben Hier! Medicat hier, Medicat hier Schade bist du Hold on, hold on Medicat Hoch Kabel nach hinten weg Die sind immer noch weg Achtung, die sind oben, nicht hoch, nicht hoch Ja, komm hier rein in die Wohnung Kann nix erkennen Kill Chief, Main, Tank Mann, wir müssen hier die ganze Zeit zu zweit Action bringen, weißt du das? Ich weiß gar nicht, ob der gerade abfasst Das Problem ist halt, wir müssen beim Kappeln heute, ne? Also, die sind ganz formal durch den Haupteingang reingegangen Befehl bist du behält? Befehl ist gut Alles gut Geh, geh decken, geh decken, geh decken Gib dir dein Patch Ich hol dich hoch, Schrewe Juhu Da braucht jetzt noch jemanden Medic Ja Squad 4 und 2,3 Richtung Süden, ja Was hast du hier mal, wenn ihr jetzt nicht seid? Status zweiter Tank Status zweiter Tank Ja, sieht nicht Möchtest du gespawnt sein gleich Der zweite Tank gespawnt erst gleich wahrscheinlich Nächstes was? Okay Ach komm, der Chaumpox Fliegt ganz nach unten Kannst du ihm nicht sagen, wie sie mich mitnehmen soll Sage ich ihm Lefty Ja, 4 Sag mal bitte deinem Helipiloten, er möchte bitte Lou in Echo 6 mitnehmen Spawn in E6 Spawn in E6, Spawn in E6, Lou Lou, bestätige Ja, mich nicht Ich krieg den nicht hoch Ich auch Negativ Leute, ich muss jetzt gleich mal mit euch schimpfen Also wenn wir hier weiter bleiben sollen, müsst ihr anfangen zu covern Das kann nicht sein, dass Gegner Da kommt ein ganzes Squad aus Richtung Nordwesten, Leute Ein ganzes Squad aus Richtung Nordwesten Räume Räume Ich bin down Einer kommt jetzt unten rein Wo ist der Stock? Auf dem Balkon hier draußen Zweiter glaube ich Oder dritter Auf dem Balkon hier Ganz oben Ganz oben, ganz oben Die kommen rein, die kommen rein Die gehen hoch, wir gehen nach ganz oben Ganz oben Feind BTR steht genau G8 G8 G4 Weg drüben wir Trepp Squad 3, kann dein Helipilot Lou aufnehmen? Lou Lou, warte an der FOP, der Heli kommt zur FOP Ähm, ich hab kein Competency-Kit, das wär das Problem Wo ist Lou? Da ist noch In der Mane Da ist an der zweiten Ne, an der Echo 6-FOP, der holt sich nur das Kit wieder Da kommen noch welche Träte raus Wie lange brauchst du, um das Kit zu hören? Das ist übertrieben, eine Minute Also in zwei Minuten an der FOB Jop Lou, triff ist in zwei Minuten an der FOB In zwei Minuten Wir haben keine FOPs mehr, ey, wir verlieren dieses Game Wir brauchen unbedingt FOPs auf der anderen Seite Steht ein Lodgy in der Mane? Ich weiß Ne, steht einer Jaja, es steht einer Okay, alles klar, ich stehe es von der Mane Ähm, fernliche EPC E9, keep it, sir Der Mane Und negativ Wer von euch down ist, bitte Echo 6 spawnen, Bridge verteidigen Beziehungsweise, Coast to Settlement Der Heli soll sich Ja, soll warten Ach du bist down oder was? Ja, die campen da ziemlich hart Und außerdem ist dort Ähm, EPC Möglicher Feind-Helikopter ragt Lässt nicht in unserer Position Wagenmarke, cross the bridge Ähm, John Ich fahre hier mit meiner Mine Das mit Lua hat sich erledigt Hat sich erledigt Hat sich erledigt Ähm, ja eigentlich zwei Piloten-Banner um eine neue FOP zu setzen Wir fahren mit dem Lodgy, alles gut Feind T90 steht direkt am Brücken-Kopf Wohin? Also siehst du an, äh, Coast hier, spawnen? Von der Brücke 70, die 8 Eine einzige Nummer Wo ich am Scouten war Okay Wo wollt ihr denn hin? Hybrizo, Smiley bitte nach 1 vorn Jo Wir nehmen Bridge wieder ein Die feinde Perken-Cose-Assetiment Wir brauchen unterstuflier Ja, die Area-Craft ist ja bereit Wir können ihn reinholen Okay, warte Macht das aber am besten jetzt Scott, Scott 2, Scott 2 nimmt Bridge ein Wohin? Zum Hin Kannst du uns nach H9-Numpe 3 bringen? Irgendwo? H9-Numpe 3 Ähm Ich weiß nicht wie alt das ist Aber ich könnte euch da hinbringen Wenn ich euch nicht da hinbringen kann, dann, äh WG-Potel 12 Ich seh den Area-Craft momentan Alles klar Hauptsache irgendwo, wo wir eine FOP bauen können Auf der anderen Seite Ja, okay Alle die hier sind Fuller mit den Alley Sind sie Wir haben einen Country Richtung Südost So auf der anderen Mikrosseite Einer kommt noch, einer Einer kommt noch Einer kommt noch Einer kommt Wir laufen jetzt unter die Brücke Ah, wollen wir jetzt Ach, Fula komm rin Wir bauen erstmal die FOP Echt jetzt Oder Ich wusste das glaube ich auch Vielleicht sind die Luftfahrzeuge Ich komm mit dem Tank einfach Richtung Kaustil gefahren, jetzt kannst du mich dann da abholen. Ich bin dann einfach einer rein. Wie? Was? Ne, wir wollen ne Elfo Bio auf der anderen Seite mit dem Heli-Bone eigentlich. Wo wollt ihr genau hin? Eigentlich möglichst tief, so H9, Kiepe 3 oder so, wenn ich sogar noch tiefer... Alles klar, da komm ich mit dem Tank einfach hin. Echt jetzt da? Aber ohne Gunner? Ja, es geht schon. Dann lass mich fahren, ich lass die anderen beiden da hinfahren. Es ist okay, ich komm da schon hin. Mach das, du bist der SL. Nee, warte, 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 warte. Nein, Alter, ich fahr dich da hin, steig aus, play CFOP und dann ist gut. Auch gut. Ähm, bring, setz meine zwei Leute bitte an einer Position ab, wo du meinst, dass wir dann Elfo Bio bauen können. Wir bekommen mit dem Panzer dahin, dass wir Cover haben. Okay, John. Ich steh mir jetzt um die Karte Richtung Schuss. Hauptsache, du sagst mir wo. Hauptsache, du schreibst mir wo. Ich fahr jetzt nur auf der Map. Genau, genau. Perfekt, Achtung, der Tank ist hinter dir, viel Glück. Jawohl. Ja, ich bin down, soll ich nochmal spawnen überwarten? Okay, setz. Hallo von der Boxrunde, Areas. Spawn halten. Wir müssen ja jetzt bei uns reißen ASAP, sonst von mir nicht schweißen. Ja. Kann ich upcall werden? Geht gerade nicht. Negativ. Wenn ihr könnt, helft bei dem Push über die Butsch, wir versuchen jetzt abseits. Ja, ja, ja. Pass. Na, ich stehe jetzt nicht wieder mit dem Pond mit der Indicator, das ist mir schon dreimal passiert. Ich muss sagen, hast du kurz Zeit zum Reden? Ja, ja, klar. Also, die 20 Minuten, das hat nicht funktioniert. Ne, pass auf mich jetzt auf, bitte. Feinde über Tunnels am Hügen. Ja, wir holen, wir holen Lu noch ab. Was? Äh, die südliche Brücke ist in Lu zu zerstören, ne? Also, da kommt ihr nicht rüber. Welche Brücke? Okay. Scherz, und der andere ist, die Games und Familie. Also, sag zumindest um Heli aus Haus. Alles klar. Und was ist, wenn wir im Lager spawnen und durch die ganz unterste Brücke fahren? Jetzt langsam bringen, äh, Hatshoff. Dann müssen wir doch verpinken an, wenn sie selbst rankommen. Versucht bitte da erstmal zu supporten. Wir müssen jetzt hier ne Backup verbauen, da brauchen wir mal ein bisschen Ruhe zu. Kannst du den Sunny vielleicht nach Not-Osten der Flagge bringen? Coaster. BMP da und bin jetzt auf Tunnels. Deto. Ja, mach ich. Irgendwo sollen wir uns hinbewegen? Wie bitte nicht. Bitte, ähm, wo hat ein John die Quades gedroppt? Äh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich weiter da. Kann der Helikopter mich jetzt abholen? Ridge is down, Ridge is down. Find APC kommt zu unserer Position. Verstanden. Das ist scheiße. Hast du geschossen? Verschossen. Wir haben Find APC bei unserer Position, nordwestlich von uns. Nordwestlich von euch? Ja. Der sucht uns gerade. Halt den Kopf unten. Kannst du einen Helikopter sagen, dass er mich vielleicht abholen soll? Das Problem ist, ich habe keinen direkten Funkkontakt zum Helikopter. Das Problem ist, es geht über fünf Ecken. Scheiße. Okay, dann fahre er, dann gehe ich einfach mal in Basis. Da steht doch was auf 105. Scheiße, jetzt sind wir in der Bauwarte. 105 auf dem Fahrzeug. Stopp, stopp, da ist der Feindtank. Stopp, stopp, da ist der Feindtank. Du bist so geil. An alle Spots, der Feindliche Panzer ist down. Enemy Tank down. Tank, pass auf, die kannst du sie auf der Karte sehen, da liegt noch immer mehr Amine. Die sind schon auf unserer Seite. Die sind schon auf unserer Seite. Da fährt was aufs Osten. Nice. Okay, also. Infanterie 150, Infanterie 150, 150 Infanterie. Hauskante 150, direkt 150. Da in der Ecke, halt auf diesen Vorsprung da. Weiter links, weiter links, weiter. Warte. Shit, wo kam das denn? Ne, alles gut, ich fahre zurück. Der hat auf 150 direkt am Angriffsmarker rausgepeekt. Also ein Ecke is down. Wir haben keinen HIT gekriegt, ich bleib wir kurz noch mal stehen. Schön scouten. Okay, Elie, dann bitte hilf mich. Sehr gut. Frag ich mal, wo die Crate sind. Ähm, 4 für 2 bitte komm. Hier, 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 hier. Spawnt ihr Coastal Settiment, dann gehen wir City Apartment. Verstanden, verstanden. E10, Kiefe 2, was wahrscheinlich. Okay. Wir gucken jetzt mal, wir suchen mal die Crate. An alle in Coastal Settiment. Geht mit... Achso. In der 10, also die Crate sind. Jeder, der jetzt... Okay, in der 10, copy. Jeder, der jetzt down ist, bitte bei City Apartment spawnen. In ein T-Building, wie gesagt. Okay, lass mal bewegen, wir können doch die wissen, wo wir sind. Äh, beide Brücken sind kaputt. Scheiße. Äh, der V-Marker auf E10 ist akkurat. Ich sehe nichts auf... Ah, 1 für mich. Okay. Trotzdem will ich hier weg, wir kriegen... Wenn wir jetzt einen Lodge hier hätten, können wir die andere... Ja, die hätte wahrscheinlich bei dem Piergebäude irgendwo getroffen. Ich geh mal gucken. Okay. Findet die mal raus, bitte. Ähm, ja. Er droppt jetzt, ähm, an den 10 Seiten Crate. Feuer einschneid! Das ist genau, E10, Kiefe 2 beim Piergebäude. Beide Crates auf dem Dach. Ähm, ja. Pass bloß auf, ich will jetzt keine Tau von der Seite. Ne, ich auch nicht. Wir fahren auch erstmal wieder ein Stück zurück. Irgendwer da gerade da unten ist, ich kann gerade nicht am Dings gucken. Ja, nicht in die Tau. Weißt du, was da ist in der Nachfrage, was willst du wissen? Feuer einschneid! Äh, wir brauchen einen Lodge hier aus der Main, wir brauchen eine Brücke zum Überqueren. Eure Einschneid! Friendly Fire, Leute, wir sind, sind auf dem Dach. Squad 3 und Squad 4. Also soll ich kurz Commander gehen und, äh, eine Vortplatsion? Ja, macht er, ja, perfekt Smiley, Alter. Sehr gut. Macht das auf jeden Fall, ja. Squad 3 und Squad 4. Ja, ich brauche den Lodge zu mir. Ähm, bitte, John, äh, kontaktieren, er muss mit dem Lodge zu unserem, Jaja, mit dem Lodge zu unserer Position kommen, SF. Ich weiß, ich habe alles organisiert. Kannst du ihm das sagen? Wir können auch einfach zu crossen fahren, um da ein bisschen zu forten. Nein, der Lodge ist auf dem Weg. Stimmt. Die rechner nicht damit, dass hier ein Tank jetzt crossen, nachdem sie ihn früher kaputt gemacht haben. Ja, ich habe es verschossen, ey, das braucht APC, man, ich habe es erwischt. Schade. Oh, du hast den Tank dabei gemacht, alles gut. Ja, das stimmt, das war halt ein halben Meter rechts von dem APC. Genau. Ja. Foggesichtet, du kannst dir als Zerstörer dann sehen. Ja. Kannst du mich ein Stückchen weiter vorfahren, dass ich unter die Brücke gucken kann? Ja, ja, klar. Fünf Meter weiter vor. Klar. Du bist jetzt erstmal mehr oder weniger alleine mit dem Sloten, ich muss auf die Karte gucken, ja. Hm, ist keine Super-Fob, ist nur eine ganz normale. Copy. Hast du die Möglichkeit, dich zu zerstören? Ne. Ja, habe ich. Ich gehe direkt ran. Sehr gut. C4 wird pliziert, Fob ist... Ja, du kannst es zerstören. Copy, sehr gut. Ich mache mal Platz für den Lodge. Weil ich einen großen Block gesetzt habe. Mal viel Platz für den Lodge. Okay, Crates Camper nicht mehr. In Kampri, ähm, 210. 210. Ha. Ja, Kinger, pass, wenn du Zeit hast, hält mit mir noch. Ja, alles gut. Du musst richtig aufpassen. Auf? Ich verste- Auf was? Ja, wagt. Du musst richtig aufpassen mit dem Fahren. Ah, ich weiß Es ist echt übelst schwer, da drüber zu kommen, dann Hab die Flop-Fop platziert, ich schaufel die gerade auf, ich höre mir kurz ein Reifen hin und helfe ihm Ihr seid so gut Feind aus Richtung 105 Brücke ist Fallschild, Woppt, shit Woppt, zerstört, inklusive 3 Crates 3 Crates, hm Wir kommen da drüber, oder? Ne Sie haben definitiv vorgehabt, es ist ein Backup-Fop zu benutzen, aber pff Da läuft ein Infantrie-SWAT auf unser Fop in H6 zu Ja, wir kommen, achso Ja, John hat es hin gekriegt, was? Unter der Brücke, ok Kaffee, ich fahr vor, guck auf die Brücke Also, konzentrier dich auf Schie Oh, das sind noch Mörser, die sich durch, ne Jetzt muss ich sogar über zwei davon drüber fahren, Herr Klazer Ich weiß nicht, ob sie es gesetzt hat Ja, hat ihr setzt Ok Erste ist kein Problem Oh, Bing, pass auf Die zweite hat es gesetzt, oder? Ja, die zweite hat es gesetzt, muss richtig aufkommen Pop-up Ja, die erste hat es... Gib Gas, gib Gas, gib Gas Gute Arbeit, John, danke schön Ich halte jetzt hier nicht an Ne, ne, fahr am besten Richtung Süden, fahr weiter Süden, fahr weiter Süden Weiter Süden? Ach, scheiße Ja, sorry, sorry, das war zu spät Von mir Ich muss Reset fahren gehen Ich hab da Turmids auf 75 gehabt Turmids auf 75, Lodgy auf 75 Und auch ein Friendly, 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 Friendly Lodgy Die liegen rum auf dem Dach Ich habe einmal Ammo im obersten Stockwerk links von der Treppe gedrückt Ok, na mir schön Und du kannst, wenn du links die Klappe reingehst, in den Raum auch von da aus Ammo Ja, wir gehen mal nach den Russen Äh, jetzt bitte, ihr seid da soweit ready mit der V-perfekt Jungs, bitte angreifen auf Bütch und City Apartments Alles klar Alles klar Meinst du auf 8.30 Uhr oder auf 8.30 Uhr? Wie bitte? Äh, Anti-Infatri oder Anti-Tank? Das BTA 80 Uhr gezahlt hat Arnze, du kölnst es dich noch, äh... Mach Anti-Tankerinnen Fein konzentrieren Ja Copy Wo sind die? Ähm, rumtesten Boden in der Garage Westlich Copy, runter und hoch Ja, auf einem Stop 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 Ja, ich halte an, ich halte an, ich halte an Da steht, da fährt was Da steht was Ne, wir flippen ja, Scheiße Das sind ja Lodgy Wir haben hier keinen Lodgy, negativ Ähm, bei... EU, da sind 3 Leute APC Nordosten, APC Nordosten APC Nordosten Da muss irgendwo ne FOP stehen Hier ist ein ganzes Squad an der FOP Feintau auf der Südostseite vom Bridge Kriegst du den? Nein, du bist ja besser Okay, weiter geht's Haltet durch, wir kommen Ja, mit Captain Bridge, schnell WTR down, WTR down Ja, ja Ist die da drin? Siehst du die? Ah, nun so, und die ist ja schon down Da steht noch ne Tau Da steht ne Tau, macht die kaputt Okay, go go Wir sind auf dem Weg, Jungs APC an meiner Position Wo ist ein Schräfe, der ist ganz veranlasst Ne, ne, das ist der Panzer von uns, oder? Guck du links, nicht rechts Rechts Der ist gut aus, copy Achtung, wir hören den feindlichen Panzer wiederkommen Ops, schon okay ist unser Feind Infanterie auf dem Süden war bei uns Äh, ja, copy, copy Die Feinde haben euch von Süden angegriffen, ja Äh, ne, die kamen von Kontakt 150, Kontakt 150 Kontakt 150 Cresti, Commander Osten 105 so Und sind über die Straße gerannt Wollten über die Straße Richtung Südwesten Äh, Süden Ist die Fop spawnen wir? Ich kann grad nicht kommen Wir haben einen Känge Fop ist nicht spawnen, war ein bisschen überrannt Ist da jemand nicht in der Crate? Ja, das bin ich, das bin ich Okay, jetzt seh ich's Ich hab zwei, drei erwischt, ja Ich hab dich im Blick König ist gleich angenommen Zu 65% Feind an der Fop entfernen Was, Fyote? Ich weiß es nicht Ja, kann nicht Wo sind Feind an der Fop? Ein echt gute KD H6 dahinter im Osten halt Ist das ein Fan? Fyote, Südwesten Fyote, Südwesten 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 Ich hab da jemand in den Bäumen laufen gesehen Jetzt kommt einer um die Ecke Das gefällt mir ja nicht, Ullo Sorry, er war zu schnell Fuck Wir müssen jetzt City Apartments helfen Wollen wir mit dem Tank flankieren? Äh, Cry, ich lieg südlich Copy Kannst du mich wiederholen? Ah, pass auf, sie sind vielleicht noch Gegner irgendwo Und der ist die Stadt Ja, das ist auch wegen dem Teamkill Aber, es waren so zwei Leute da an der Fop Und dann abdreht Macht nix Macht nix Ich hab noch Friendly ausgemacht Ja Ich muss erstmal das Ding finden Das ich Ich zieh dich von dir Ihr könnt euch um die Reisten Nicht nur die Assets am Marker kümmern Von der Fop Hier, lasst mal die Squad 2 unterstützen Sollen wir neu spawnen? Oder kriegen wir einen Rally Oder was? Ne, kriegt ihr die Foppy wieder spawnen will? Ich kann einen Rally machen Ich kann einen Rally machen Ich kann zwei Leute Ich kann einen Rally machen Ich denke, der Bruder noch nicht wirklich entdeckt Ja, ich Ich probiere hier einen Rally Ehrlich gesagt würde ich es echt cool finden, wenn ich einen Rally kriege Einen Moment bitte Einen Moment Wir versuchen es ja Ich hör ne Cow auf Südosten irgendwo Tief Feinde close Ohhhh Ich bin down Ich kann jetzt auch down Hier, hier ist frei Könnt ihr Kannst du deine Leute auf den Liefern schicken erstmal? Jaja Aber ich hab grad ein Tieresprach Ich komm nicht hoch Ich komm nicht hoch Ich bin nicht hoch gekommen, Alter Fula, warum bist du ausgestiegen? Ja, wegen nem Rally Ohhhh Scheiß auf den Rally, Alter Ey, das ist Das geht doch jetzt gar nicht, Alter Jetzt haben wir halt nen Tank geweistet, ne? Smiley, renn zum Tank Schnapp den, wenns geht Ich weiß nicht, wieso schattet es immer noch Geht um den Gegner, glaub ich Smok den scheiß Tank Renn dahin Ich bin ein Preacher, Digga gerade Fuck Wir sind ja immer noch Einer mindestens Naja, mehr noch sogar Ja, mehr noch sogar Ich weiß es nicht Hier hier ist der Rally in Panzerwil Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, hier ist der Rally in Richtung Road Richtung Bridge, dass wir spawnen können Fahr da hin, fahr da hin Da ist John Fox fahr einfach ganz schnell hin Scheiß egal, Alter Gegner im T-Gebäude, die kommen jetzt zu dir. Und wir spawnen dann alle an der FOB, wenn die ab ist. Ja, gib Gas, gib Gas. Da wegkommt Smoke von mir, ist mir egal, aber wie zieh' ich da? Commander, hier ist Squad 4, ah, weiße. Alter, das war viel zu knapp für mein Herz, man. Alter. Ich fahr' zum Marker, ne, oder woher? Ja, ja, zum Marker. Ja, zum Marker. Und reinfahren, und die Bude ausmachen. Feindinfantrier ist jetzt auf uns, am alten FOB. Vier, hier, drei, hinter eurem Panzer, nördlich, ist ne Feindtau. Verstanden. Verstanden. Fahr weiter, da ist ne Feindtau irgendwo im Norden von dem Panzer von uns grade. Also schön, irgendwo in Cover reinfahren, zwischen die Gebäude, irgendwo. Im Norden von meiner Position jetzt, oder was? Ja, ich merk's schon. Ja. Wie, du merkst schon? Ich krieg' hier schon Beschuss ab, Leute. Versteck' dich irgendwo unter dem Tee, oder sowas. Ja, der Panzer, der sparkelt jetzt schon. Nee, das sparkeln ist nicht schlimm. Dann nimm den Lodschi, da steht ein Lodschi und schieb den ran an den Tank. Genau. Ja, ich mach' mal vor. Oh, die FOB muss jetzt Bauer warten. Das war jetzt fort. Was hat John Fox gesagt? Ist die FOB ready? FOB is ready. Äh, der schaufelt die grad noch. Ich helf' ihm gleich. Perfekt. Ich platzier' erstmal Repair Station am Panzer. Okay, sehr gut. Ja, fahr' mir nicht zu nautern. Ist der Tank exigiert. Der Feind hat grad unseren FOB rausgenommen, in India 10. Feinde haben in India 10 gerade unsere Phobie zerstört. Also geht jetzt Down-Bide. Okay, wir haben jetzt noch acht, neun Minuten. Dann sportet der Feind, äh, Tank. Ich hab' ne feindliche FOB gefunden. Echt jetzt noch? Bei dir auf deiner Position? Ja. E6. Leg' C4 drauf. Du bist Beter. Nimm das C4-Pack, was du hast. Mach Links-Flick, dann fängt der anderen rum zu fummeln. Und dann sorgt dafür, dass es auf der FOB landet. Genau. Und dann such' am besten nach feindlichen Crates, nach diesen Supply-Boxen. Dann schießt die kaputt mit deiner Shotgun oder mit... Ach, egal was du hast, aber machst die kaputt. Feindliche FOB in India 6, Nampe 2, gefunden, wird jetzt zerstört. C4 geht Down. Ach so, ein King, wenn du den Fob in dem Rifle land könnt. Feindliche FOB in India 6, Nampe 2, geht jetzt Down. Verstanden. Hey, wake up! Warum wird die FOB nicht spawnbar, man? Ich weiß es nicht. Wie lange dauert das 3 Minuten oder so, ne? Soll ich halten und dann bei euch spawnen? Jo, kommt ihr rein? Oder... Wenn die FOB spawnable ist, kommen wir rein, ja. Ist spawnable, rein, 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 rein. Wir kommen rein. Und macht euch bereit für Kontaktausrichtung im Osten, Südosten. Da war, wie gesagt, noch das Infanterie-Spot. Verstanden. Dann bitte ins T-Building. Die Infanterie bitte in das T-Building am neuen Marker. Verteidigungsposition eingehen. Feindfob, Golf 8, T-Fat. Jo, ganzes Feindsquad in Südost. Wird der zerstört. Schon nah am T-Building. Die kommen direkt auf den Zuge ran, ganzes Feindsquad. Bist zerstört? Fuller, geh nochmal raus, Fuller, geh nochmal raus. Ja, geh rein, geh rein. Oh, was ist denn jetzt hier los? Komm rein, Fuller. Ich kann die gar nicht bewegen. Ich weiß, naja. Leute, das ist der ganze S-Squad Südosti von uns. Warten oder zurückziehen? Warten, 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 warten. Bildet einen Verteidigungsring um den Panzerbitter. Das geht grad nicht anders. Warte einfach. Ja. Jetzt geht's, jetzt geht's. Jo, die haben sich im Eckgebäude verschanzt jetzt. Verstanden? In das, in das hier? Äh, Gamma 10, Kippe 9, ja genau, Marker. Verstanden. Okay, das gucken wir uns an. Mach die Heat bereit. Ja, bin bereit. Da sitzt grad ein ganzes Squad drin. Viel Spaß. Viel Spaß am Marker. Halt einfach drauf. Halt drauf. Die Fenster auf 60. Ist scheißegal, schieß in die Fenster auf 60. Also oberstes Stockwerk auf 60. 60 minus 5, schieß einfach in die Fenster rein. Da, ich seh sie doch am Marker. Digga. Kann man die Gebäude einfach nicht bauen? Wenn du gut bist, dann geht das aber nicht rein. Halt in die Fenster, halt in die Fenster einfach rein. Ja, genau, genau. Einfach reinhalten. Mit Heat, mit allem um und dran. Das ist das richtige Gebäude, ja. Das ist am Marker, ja. Da direkt im Eckgebäude. Genau, halt richtig rein mit Heat in die Fenster, da ist über Infanterie. Hey, PC, du schießt genau das richtige Gebäude. Äh, David, der Driveballern. Hier ist noch mal durch. Feindkontakt Hotel 7. Keep it 1. Wo wir vorhin waren, ist Scott 4. Und wir nehmen City vor allem uns ein. Okay, neue Position. Wir positionieren um. Was? Ja, ja. Zweifel Fluss noch. Also von Norden werdet ihr wahrscheinlich einen besseren Wickel drauf haben. Denkt aber an die Toro, die noch im Norden dort steht, ne? Steht die immer noch? Wie kann das sein, dass die Toro sind? Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht steht die da noch vielleicht auch nicht. Eckgebäude, Sichtweite in 30 Sekunden oder weniger. Ich sehe keine Gebäude mehr im Eckgebäude. Die haben sich wahrscheinlich zurückgezogen. Keine Signaturen. Bestätige. Ja, ich hab auch nen Kill bekommen. Keine Signaturen. Copy. Keine Signaturen. Copy. Immer noch nichts. Immer noch nichts. Copy. Kontakt nun, Süden von uns. Feind am Marker, dritte Etage. Von oben die Etage 3 runterziehen. Schnell, 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 schnell. Direkter Marker das Haus. Dritte Etage. Einfach mit hier drin. Das sind so viele Gebäude. Da, das genau. Ja, genau. Dritte Etage von oben. Von oben 3 runter. 1. Sehr gut. An alle Squads, an alle Squads. Ich muss leider aufhören. Meso übernimmt jetzt die Führung von Squads 2. E-Mache. Super. Du kannst mich wiederholen. Verstanden, Nemo. Gute Arbeit. Ich danke dir für alles. Schönen Abend. Ich danke dir. Das finde ich echt geil. Ist der Hammer. Müssen wir öfter mal. Demand mal das T-Gebäude, der Rest, der jetzt hier rumsteht. Ich sehe keine Kontakte. Copy. Okay. Okay. Hello Jungs, wir cap'n City Apartment weiter vorrücken. Wir bewegen uns jetzt auf dieser Seite hier weiter. Der Tank wird immer hinter der Infanterie bleiben. Also ihr macht die Meter. Wir geben euch ein Cover. Ich bin jetzt auf dem Rundschuss. Einer ist mir sehr glatt. Haben Disconnect gehabt. Kein Problem. Passiert. Ich konnte nur nicht ins Team C-Glue. Sorry. Ja, macht auch nichts. Puh. Ordentlich ist es passiert, wie ich jetzt gerade sehe. Infanterie bitte vorrücken. Wohin zum Eckgebäude? Richtung Move Marker. Alles klar. Auf'n Blick. Wir clean noch kurz das Eckgebäude. Und die Gebäude hinterher. Also ich habe da jetzt noch einen erwischt, der hat auch aufgegeben. Warte, warte, warte. Könnten friendly sein. Aber vielleicht sind noch welche am Leben. Ich weiß, aber da hinten der Launchetruck nicht. Wir kriegen Beschuss. Sorry. Ich dachte, das wäre ein Feind. Ah, okay. Du wirst das. Guck mal, da schießt eine A von uns auf 30 auf das Gebäude. Jupp. Sorry. Von denen ist wieder ein BMP gespawnt. Der fährt gleich nach vorne. Der ist hinten ganz hinten bei mir in der Ecke. Bei dir in der Ecke? Ja. Auf der Hauptstraße oder wo? Ja. Ja. Lad mal gut ab. Die haben gerade die Straßenseite gewechselt. Ja. Die haben die Straßenseite gewechselt. Ich gehe an Aspro. Die haben die Straßenseite gewechselt. Pass auf, wenn du... Geht einfach hinten raus und dann direkt um die Ecke. Der liegt ja hinter diesem Generator oder Kiste oder was das ist. Ja. 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 Ich weiß. Bitte das wäre ganz, ganz wichtig. Ja wir haben gerade jemanden der tot ist. Wir kriegen gleich einen Lodge, ich habe alles organisiert, Fuller. Der ganze Spot auf meiner Position. Der Lodge ist nur ganz schön weit weg, wir müssen hier einen ganzen Lodge überleben. Aber woher die den Lodge dann hingebracht haben? Direkt, direkt Scoot-Header auf 4. Ne, irgendwo in der Alley da, wo der Marker ist. So ist gut? So ist gut, ja, wir müssen jetzt mal fliegen. Ah, wo bist du denn die Lodge? Ich sehe dich. Ich habe zwei, ich weiß nicht von uns direkt, ganz am Gebäude hier. In Foxford 9, Foxford 9, Keeper 6 steht hier. Oh, der kommt mit der APC jetzt auf meine Position lang, der fährt in eure Richtung, am Marker. Fährt die Hauptstraße wahrscheinlich hoch. Das ist ein Feintank, das ist ein Feintank. Feintank? Tank oder APC? Ein Treffer, ein Treffer, warte, 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 warte. Okay, ja, ich warte. Der Beschuss scheint aus Osten zu kommen. Zwei Treffer. Feintank down, Feintank down. Und wir brauchen jetzt Hyper S App. Infanterie da immer noch in der Alley. APC Südöstlich von mir. Der Infanterie down. Setz mal zurück, setz zurück. Kapi, kapi. Süd, 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 süd. Kapi, kapi, kapi. Okay, weiter zurücksetzen, weiter zurücksetzen. Ja, weiter, weiter, weiter. Ich bin in dem Gebäude vor euch. Ja, ich setz über. Können auch freindlichste sein nach. Klassische Infanterie, Süd, Ost, Close. Passt gut auf. Süd, setz weiter zurück. Boah, ist wirklich ein Feind. Wir haben da einen von uns. Ist noch ein Feind, ist noch ein Feind. Ich hab sie gern gesehen. Ist von der Alpha. Den bring ich zurück. Äh. Keine Ahnung, wie ich grad gefunden wurde, aber ich wurde gefunden. Ich hab hier unten. Ich hab hier unten. Ich hab hier unten. Ansonsten fall zurück und geht ins Zielgebäude. Der Logi kommt. Jungs, bitte covert den Logi. Wir haben APC jetzt an einem Zielgebäude. Er pusht Richtung Norden. Über Südwesten. Der fährt auf den Zielgebäude. 150, 150, 150. Ja. Nice. Ach Alter. APC down, BMP down. Ja. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Es gibt keinen Weg rüber. Der Logi ist auf dem Weg. Es gibt keinen Weg rüber. Cover den Logi, Jungs. Es gibt keinen Logi. Es ist kein Logi. Es ist ein Transformer. Unsoll Logi. Okay. Pass auf, ich lass den Logi bei euch. Geht mir wieder im Eckgebäude. Dankeschön. Sie lässt dich verbringen. Dankeschön. Geh ran an den Logi. Ja, die steht schon hier. Hab ihn erwischt. War ne Let'sschutz. Okay, warte, ich teste, warte. Wir werden nicht repaired. Okay, scheiße. Ich fahr ein Stück näher ran. Hast du gesmoked, ja? Ja, ja. Ah, okay. Mehr Gegner südwestlich. Jetzt werden wir repaired. Oh, Alter. Ich hab, wir sind relativ zügig ATB. Ich hab 5 Schuss Heat und 6 Schuss AP. Ach du scheiße, okay. Und dann über die scheiß Brückelein. Das ist ne klasse. Ah ja, genau. Ist down, wie es aussieht. Ne, wir nehmen unsere Brücke. Guck mal, wir haben den Tank und den BMP da. Squad Leader 3 hier, Squad Leader 4. Was kommen wir da dran? Ähm, da ist ein Launch in der Basis. Soll ich den herbringe? Äh, gerade nicht. Dankeschön. Äh, Squad Leader 3 hier, Squad Leader 4. Ich hab jetzt grad einen BMP rausgenommen. Sieht so aus, wie sie gerade... Squad 3 hier, Squad. Wir brauchen... Wir brauchen euren Cover am Brückenkopf. Wir müssen ATB gehen über die Bitch. Wir brauchen Cover Brückenkopf. Wir würden jetzt hochkommen. Cover Brückenkopf, den so weit. Copy. Der Brückenkopf ist safe. Hier vorne zu dem Brückenkopf. Direkt an der FOP. Die sind drei FOP, Leute. Ja, ich weiß. Ich weiß. Bitte Stellung halten, Jungs. Funkkontakt halten, Jungs. Die Runden. Nordwestlich von euch. Es ist ein Gegner im T-Gebäude. Verstanden. Wenn wir auf der... Auf der Bitch sind. Smokes, ja. Ich war oben auf dem Balkon. Okay, ich hab noch Smoke. Ich muss gucken. Ich bin von der Seite noch nie hochgefahren. So, ich fuck mal. Ich geb jetzt einfach Vollgas, Alter. Japp. Soviel zum Thema Brückenkopfverteidigung steht. Eben stand da noch ein Tank und ein BMP von uns. Das sieht gar nicht so schlecht aus von uns. Hab ihn. Fuller, Alter. Und das ist der Grund warum. Wir werden Panzerfrauen sein. Ja, ich werde weggeschossen. Ich werde weggeschossen da. Ich bin gleich auch noch irgendwo einfach. Ey, und das Geile ist, dass wir auch wirklich ein sehr gutes Infanteriesquad haben. Da kann man nichts sagen, Alter. Ja, wir geben den grad zum Start. Auf jeden Fall, ey. Gut, er setzt jetzt wieder über zum T-Bally. Passe auf, die FOP, das K-Weil ist nicht der Fall. Hihihio! Wir haben jetzt richtig den Infanterie ausgenommen. Zwei Tanks. Naja. Und alles mit unserem Tank, Alter. Oh! Euch! Du kommst bei uns halt als M-G-Ger noch gleich rin. Na, das ist ganz recht schon spawnbar, das Ding ist. Wir werden repariert. Nun! Alles Gute! Alles Gute! Alles Gute! Alles Gute! Bist du die Richtung? Was? Wir werden repariert! Okay! Squad Leader 2, Squad Leader 4. Breachers ausgeschaltet! Das ist so! Ich danke dir für den Logi. Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, den hab ich dir nicht gebracht, glaube ich. Ich glaub, das war jemand anderes. Denn trotzdem, Dankeschön. Wie sieht's für euch aus, sind die FOPs? Ah, wir neutralisieren gerade nicht versuchen zu halten. Das ist sehr gut. Schrebel, kannst du auch zur Verfügung? Aber wir hätten bisschen Hilfe gebrauchen, wir hätten hier nicht. Okay. Äh, ich hab ein Mad-Kit direkt auf der FOP bei mir. Wenn ihr die Gegner getötet habt, könnt ihr mich dann wiederholen? Das ist der FOPs nicht so. Ah, er ist noch aktiv. Lad mal alles durch, bitte. Ja, ja. Ich muss immer noch. I'm worried so. Was? Boah, Krum? Das gibt's nicht. Fuck. Darf ich den Chief nehmen? Alter, fuhrleuer. Ich hab grad so'n Puls, ja. Da, ey, ey. Das Schuss kam aus West, Südwest. Okay, äh. Die Heat ist voll. Abliegen noch nicht. Copy. Darf ich ein Lotchen nehmen? Infanterie, wie ist der Status? Nein, du steckst bei uns einen. Feind Infanterie aus. 25. Ja, dann ziehst du dir eins. Okay, wir können los. Einziger Schütze. Dann nehmen Lodge für uns E. Lodge hier hinter uns nach. Tegel. Go, go. Ja. Wir, also, Mr. Fox meinte gerade, wir sollten vielleicht eher zu City Apartments gehen und versuchen durchzukäppen oder zu Hotel District. Wir gehen jetzt zu Hotel District. Ne, bindet da einfach Infanterie. So sieht's nämlich aus. Versucht, versucht bitte euch nach hier durchzukämpfen, wenn's geht. Wir kommen jetzt zu euch. Ja, wir supporten euch jetzt gleich. Ich muss den Seiten nur sagen, wo wir sind. Dann putzen wir da mal ein bisschen mit HAE, irgendwelche heißt das auch mal. GMP TTA. Und du hast echt das zweite Mal jetzt den Tank rausgenommen, ja? Ja, ich hab jetzt zwei Tanks rausgenommen. GMP TTA 80, aber wir sind zwei. Das ist gut, das ist sehr gut. Da ist direkt einer am Erdgeschoss. Wahrscheinlich schon längst im Gebäude drin. Passt jetzt auf wegen der... Nicht, dass der eine Tor ist. Wir müssen richtig vorsichtig sein. Copy. Ich denke, wir werden demnächst, dass wir unsere HB-Asset Präsenz da machen. Soll ich spawnen? Ja. Eine LVB bitte, ja. Wo unsere Leute sind. Alles klar. Scoute erstmal bitte. Die könnte immer noch unter Feuer sein. Ich hab's grad geschafft zu spawnen, aber hier ist immer noch ein Gegner. Ja, die ist immer noch unter Feuer. Wie hört er? Wir haben südlich davon Gegnerkontakt. Wir könnten auch J. Hier ist gleich Kürtty-Bitterer im Panzer schnell in die City reinfahren. Ja, mit Wasser müssen wir, also wir müssen entweder jetzt City Apartments unterstützen, weil sonst kriegen wir die Attacke da nicht. Sonst schaffen wir das nicht wahrscheinlich. Irgendwo, wo das ABC-mäßig ist, hat die gerade nach Süden geschossen. Was? GD? GD! Wir haben gewonnen, Mann! Oah! Das Kleine! Alter! Ey! Wuhu! Juhu! GG, Alter! Alter! Arme! Na, wer überwind hier wen haben wir noch? Sorry! Teamsweek, Jungs! Alle in Teamsweek feiern! Jawohl! Alter, krass! Ich leck mich am Arsch! Alter! Boah! Boah! Moment, ehrlich, wer ist dort? Ansonsten! Ich lege! Töne! Töne! Vielen Dank.